Nee, das kann man wieder an Schuh bedenken. Da, Lilian. Da ist immer so von Mr. Biddy Geräusch. Was? Warst du da dabei? Wo? Oh! Nö. Was ist denn dann? Du hast auch gesagt. Nee, der eine hat gerade den Survivor ausgewählt von dem Samara... Chapter. Deswegen, weil... Hab ich den noch nie gehabt, aber hat den direkt wieder rausgemacht, den du Penner. Nein, Spaß. Ja, sorry, ich weiß... Ja, natürlich nehme ich das persönlich. Ich bin der Jaxi. Jetzt der einzigste Killer, den ich jetzt noch nicht hatte, war Retsch. Ich habe den Killer besetzt noch einmal. Du hattest wenigstens einmal. Und der hat gerät um die City. Weil ich nur noch einen Gen hatte. Und der nicht Eindruck hatte. Oh, da würde ich aber... Dann... Würde ich mich aber auch ein wenig schämen. Der... Wenn ich so darüber nachdenke. Ich wollte... Aber was soll ich mit dem kaufen? Ich habe heute 9000 Christus dort. Mir fehlen 2000. Dann habe ich auch 9000. Das heißt, in umgerechnet 20 Level muss ich noch aufsteigen. Machst du denn? Was? Wie viel Christus, oder? Machst du denn? 7000. Also 100 irgendwann. Irgendwie. 100 glaube ich. Ja? Ja? Ich mach 340. Was? Was hast du... Hackst du? Nein, ich bin einfach nur fast Level 300 schon deswegen. Hm. Ich glaube, was ist der? Ja, ich bin ja hier... erst hier Ding. Level... 59. 50. Ja, halt dein Maul. Ich bin müde. Ja, und ich bin nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Gott, jetzt hat die ganze Klasse... Ich weiß. Ja, das war lustig. Das Ding ist... Ich wollte es gar nicht laut sagen. Es kam halt einfach raus. Oh, oh. Es ist Legion, glaube ich. Legion ist doch... Ne, nicht der eine. Spass. Ne. Wesker. Nein. 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 Witch. 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 Wer ist die Witch? Hexe. Ja, wer ist das? Hexe. Die sie teleportieren kann mit diesen... Dreiecken auf dem Boden gerade. Ach so. Jetzt. Ich muss ja erst gerade überlegen, wer ist denn der... Wer war die... Wer war doch mal die Hexe. Hast du Zuckungen? Ja. Ja, André ist gut jetzt. Ja. 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 Ach ja, stimmt. Die... Die gab es ja auch noch. Die habe ich voll vergessen. Nein, Lady Tessa. Boah, das... Was ist du gerade? Das muss ich... Ah, ne. Das war der Keller. Für Familie. Für Familie. Für Familie. Oder Toto. Ja. Ja komm, ich meine sie heißt es Family. Ja. Ja komm, ich meine sie heißt es Family. Ab. Das war... Mieses, ekelhaftes Geräusch. Woah! Holy shit. Ist das unfair. Die erscheint einfach vor mir. Jetzt weiß ich, wer das ist Junge, da habe ich mich so erschrocken Bei der, wo die auf einmal auf den Boden rauskam und mich angeschrien hat Wo bist du? Ich hole sie mal zusammen Danke Danke Ich hole sie mal im Scheiß drauf Nein Andei Der setzt dann mindestens 4 Fahne 4 Fahne, die am Standort sitzen 2 Fahne 3 Fahne 3 Fahne Und Aus den Fallen kommt sie raus, oder? 2 Fahne Ach, 2 Fahne Heute warst du sparsam Was? Danke für eure Hilfe Ich komme Ich komme Versuch vom Haken zu spreng Hast du es versucht Achso, ok Wenigens hast du es versucht Die ist so ekelhaft 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 Schade Was klingt die Die ist so ekelhaft 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 Ey, du Schlampe Musst du dir ausgerechnet zu mir locken? Nö Ich der Ja, die eine wo gerade die Lady Tessa Ja, weißt du Ich mache hier gerade so einen Generator Auf einmal kommt die dumme Kuh Ist straight zu mir gelaufen Das ist gut zusammen Alter Ey, diese Mist fallen Oh, diese scheiß Fallen ey Cool, ne Falle Ich hole dich gleich Ich hole dich gleich Ist ein Gen noch fertig? Ich sehe, das ist ein Dreieck Für mich sieht das eher aus wie eine 4 Ja, das ist ein Mist Das ist also ein Dreieck Nein, lauf nicht in die Falle Bitte 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 nicht bei Nein, lauf nicht in die Falle Ja, sie guckt auch heute Oh, gut Lauf jetzt du noch nicht in die Falle Sie sind die Falle Sie Ich war das nicht, das war sie Ich war das nicht, das war sie Ich war das nicht, das war sie Es war wirklich sie Äh, ja, es hat sich alles gut Okay, das freut sich Ja, musst du mich wieder jagen Du dumme Co Ja, überall hat sie hier welche platziert Ah, das ist traurig Überall Haken, aber keine einzige Palette Oh, wer hat da jetzt schon wieder eine Falle ausgelöst Ich nicht Der Erste, der sagt, der war es nicht, war es André Ich war es wirklich nicht, der hat sie doch auch mal an Nein, Spaß Ist das nicht eigentlich total stressig für den Killer? Wenn da jemanden die hakt und vor allem wird er weg teleportiert Was ist das eigentlich für ein Perk, dass man so aus dem Schrank rausspringt? Und dann, Kinder betreibt Mhm Ja, das ist der eine an der Chain Ach so Aber das ist das für die Gute Das wird zum Treuen Naja Die eine wird grad noch gechased und macht fragwürdige Dinge Und schneidet sich noch selber in die Brust Hoffentlich hat sie Adrenalin Quatsch Äh Was war das? Ja, warum hat sie sich wieder weg teleportiert? Was ist das? Was ist das? Hä? War bei dir grad auch der Bug? Hä? Hä? Lägt's bei dir grad auch so extrem? Hä? Hat's bei dir grad auch so gelegt? Ja! Bei mir stand es einfach random irgendwo rum Hä? Aller gute Schwere Aber immerhin lag's nicht mehr so wie Sting in 2021 rumgelegt Ja, da hat's ziemlich rumgelegt sogar Also egal was du gemacht hast es hat er rumgelegt Ja und die anderen zwei kommen Ja und die anderen zwei kommen kori André André Ich glaub ich hör's mal auf Ich geh jetzt schlafen Noch ne Runde Gehst du jetzt pennen? Ja Nicht noch eine Runde? Nein, das ist meine Eine finale, letzte gute Runde? Ja, okay Jetzt müssen wir uns aus einer Runde werden sehen Nein, ich schwör auf alles, es ist nur noch eine Nein, ich kann wirklich Ich schwör, ich schwörs auf meinen linken Arm Ich bin scheiße Ja, dann kriegst du danach einen neuen Arm annehmen Ich kenne den Ähm Das wird dann aber nicht mein Oh mein Gott Warte, ich hab kurz den Satz verkackt Das wäre dann aber nicht mein eigener Arm Den ich mir rannehmen würde Wer weiß Nein, das wäre ein anderer Arm Nein, ich glaube, wer weiß Ob das jetzt immer noch deine Augen anhaben müssen oder nicht Achso, ja, ja, ne Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht Vielleicht ist es auch deiner Kann sein Kann sein Wenn du heute aufwachst, wirst du immer noch zwei Arme haben Glaub schon Glaub schon Glaubst schon Ich weiß es, ja Ich weiß es, ja Erstens Wie willst du immer noch zwei Arme kommen Ich kenne meine Tricks Es hat andere Tricks Das darf ich nicht sagen Sag's nochmal Nein Ich darf das nicht sagen, sonst wirst du es verhindern Wo wohne ich? Das liege ich jetzt nicht Das liege ich jetzt nicht Aber das Ding ist so Nein, 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 absolut Ich weiß, wo du wohnst Weil es mir Kilian gezeigt hat Ach, scheiße Ah, 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 oh Ja, Colin glaub ich Überall Fallen aufstellen Dann kriegst du es nachher Junge Andre, allein zuhause Ja Ja Die fallen, Mann, ehrlich Brutal Brutal Es gibt ja die Es gibt ja die Theorie, dass Kevin Jigsaw ist Ey, das ist aber übelst lustig Ja, das ist immer so Ja, das ist immer so Also Ich natürlich nicht, aber Kevin War halt so ein Okay Also dann Corey Mach's gut Mach's gut Passt auf deine Arme auf Wirklich, also Es wäre schade, wenn es zu leicht wäre Das kriegst du nicht hin Also dann, adios Ich bin auf dich vorbereitet Ich hab überall Fall aufgesetzt Was sind's für Fallen? Oder lass das mir nicht sagen Bärenfall Bärenfall Ja Ja, tschau Ja, tschau An denen komm ich aber vorbei Tschau Ja Ich nehme an Ja Ja Na Ja 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 Vielen Dank. 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 And... ... 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